Hallo, hier sind wir wieder zurück. Der Server hatte nur einige Wartungsarbeiten und hat auf die neue Version gewechselt. Zusammenfortschritte sind auch wieder zurückgegangen, aber das hindert uns nicht daran, erfolgreich zu sein. Der Huni versucht zu re-connecten und Flo ist auch wieder da. Das ist ganz genau so. Yo, ich habe noch ein Ping-Delay vor. Circa 10 Sekunden auf einen Tasten drücken. Wir müssen wirklich schauen, dass die Sauri zu fressen haben, weil der Reimparasaurus wirklich nichts mehr hatte, nur so zu rimpfen. Trudy? Nein, der Level 36 gibt Parasaurus. Ok, ich weiss, was der Rückschritt war für EU. Ja, es ist nicht wahnsinnig viel. Du hast die gleiche Stärke. Ja, es hat auch etwas. Aber trotzdem, ich sage jetzt, es ist nicht verheerend. Ich mache dann immer die 50 Pfeine, die ich vorher gemacht habe. Ja, ich bin immer noch Half-Life. Half-Life 2. Confirmed. Ja, jetzt gehe ich um ein Steckbeeren, ich finde ich es. Ja, aber ich war fast draufgegangen im Wasser. Das war noch verheerend. Verheerend, wie hast du das Gefühl? Verheerend? Ja, hallo? Ich meine, die Ausrüstung komplett unter Wasser eingetaucht hat. Aber jetzt habe ich auch mal... Ja, für diesen 26 vielleicht auch nicht. Niki ist ja voll realistisch. Nimm mal unförmig, wie wir jetzt... Was unförmig? Ja, du bist eben voll, so einigermassen aus wie ein normaler Mensch. Ja, ich mache mir auch nie Charakter oder keine. Ich schiesse mich immer an. Aber ein bisschen Spass muss es haben. Ja, das schon, aber trotzdem. Es gehe ich mir trotzdem auch immer an. Ah, jetzt erst mal drei. Oh, komm so, dann gehen wir jagen. Ja. Ich werde mir nebenbei noch ein bisschen ein Mail schreiben. Dann gehe ich nicht in die Pesche. Nein, komm, hast du schon. Nein, jetzt. So, Flo, hast du 50 Gefühle? Ja. Schau mal in die Kiste. Hast du dann noch genug? Ja, nein, ich mache eine Narkose-Pfeilung. Ich habe sowieso nicht auf die Jagd. Jetzt gehe ich ein bisschen mehr so Versorgung spielen. Schauen, dass wir eine Narkose haben und und und. Also, wo? Warte, ich habe da noch Stroh dritte. Ja, ich brauche den Leder einfach demnächst. Also, dass wir das mal bringen können. Wäre das mega sweet. Ja, wir hätten es schon gehabt. Ja, ich weiss. Aber gut, wir sind ja wieder mit dem Level zurück. Also, ja. Oh, ich bin vorher in Level 24 gewesen. So, was ist hier? Ich brauche ein Fächer. Kann ich noch Ersatzspitzhacken oder so? Wo ist der Sven? Ist das schon China? Ja, schon lange. Wo hast du das genommen? Ah, da ist noch eine Mail schreiben. Also, die hören mich, oder? Ja. Ah. Es ist ein Prank. Woaa! Es ist ein Prank, Bro! Ja, mit Ginecke, das kann ich nicht. Flo, willst du die Witzkiste? Was? Witzkiste? Flo, willst du die Witzkiste heute machen? So, ich brauche Fleisch. Wo ist dieses? Äh... Nimm Bären. Oh, ich will jetzt nehmen Bären, bitte. Ich mache gerade darum Narkose mit. Und brauche dämmensprechendes Fleisch. Jaja, also ich nehme. Äh, Horni, die Böcke liegt übrigens im Schrank. Ah, Böcke. Im Schrank. Ich muss gleich auch holen. Also, was brauchst du? Leder oder Fleisch? Geht ja beides. Äh, erstens das Gepäisen. Zweitens, ich glaube, Leder ist wichtiger momentan. Ja, das habe ich nicht. Aber... Also, ich brauche über 100 Leder. 104. Genau, genau. Nein, 101. Bist du jetzt zu mir? Ja, hallo. Ich schaue einfach, dass wir den Flugsaurier haben. Und, dass wir den Dings haben. Wollt! Wollt mir auch helfen. Jetzt bin ich gleich der Mensch. Wollt! Du verhungerst. Oh, geil. Er hat sich festgepackt. Ich muss eingreifen. Ah. Level up. Spät. 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 Brauchst du Hilfe? Nein, nein. Alles im Griff. Alles im grünen Senkel? Oder wie? Alles im grünen Bereich. Spät. Ich komme Floh. Nein, nein. Warte, jetzt ist gut. Jetzt habe ich noch Abstand. Gotcha. Go fast. Ich muss nicht mal von der Seite kommen. Ja, warte einfach. Ich bin hinter ihm. Backstabber. 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 Wow, der Knockback. Dipp. Oh, ich bin ganz unten. Officer Down in downtown. Officer Down. So, hast du mir Leather? Leather, ich habe ihn. Das Fleisch habe ich auch noch ein bisschen. Hast du mir Leather? Erstmal, erstmal. Scheisse, Mann. Ich bin verdammt. Auf unser Down in downtown. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen... Oh, da die. Geile Viecher, die die Shit eingeben. Ja, nice. Nice, Rü. Triboli. Tutti frutti. Tutti frutti. Honi, bist du immer noch mehr zu schreiben? Ja. Mach mal. Ich habe nicht Triboli gekämpft. Was hast du gekämpft? Ja, nix. Shitin. 24. Das ist Musik. Ich habe einfach ein Inventar voll mit irgendwelchen Crap. Ich muss das mal abladen. Ich muss das mal abladen. Da hätte ich noch ein hartes Vieh haben, das mich nicht so gut töten kann. Ich greife Schildkröte noch einmal, oder? Ja. Ja. Yo, ich bin wieder hier. Yo, 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 yo. Bitches. Bitches. Geh mal auf Logo helfen. Hm, Pila Bogen, weil ich noch Pila behaue. So viel hat genauso blöde Debt. Ja, warte. Pila muss ich herstellen. Ähm, ich stelle sie her. 55, schade macht. So, ich will ihnen selber noch lernen. Oh, es kann noch gleich zwei Schildkröte. Ja, es kommt ja mit der Zeit. Am Anfang ist es noch gleich wichtiger für andere Sachen. Nein, mein Block ist kaputt. Fuck. 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 Ich greife mich zwei Schildkröte an. Bin ich am Boden gelegt? Oh nein, jetzt kommen sie da zum Zweig. So, äh, hier 20 Gefühle im Schrank. Du brauchst Hilfe. Äh, so werden wir selten eins kommen. Aber sonst ist alles gut gebanen. Es sieht nicht danach aus, dass du wirklich... Warte, ich backsteppe. 360! Okay, mein Setz hat euch übrigens ausgefallen. Ich gehöre euch nicht mehr. Aber ich kann noch weiterreden und es nimmt immer auf. Also... Äh, Flo... Ich übernehme. Niki, du stinkst. Niki, du stinkst. Lalalala. Die Ente ist vorhin fast down. Die Ente ist vorhin. Vielleicht ist die andere. Okay, Hase. Kannst du heute die Horte ablenken, bitte? Dann kann ich mein Setz einstecken. Dann können wir einfach gucken. Oh, Alarm! Oh, boah! Darum lieber meine... Lieber Kinder, liebe Kinder, kaufen nie ein Setz hat mir da gekauft, wo es extrem skabig ist. So, Officer here. To refill you beer. Hey Flo, Flo, Flo. Schau, zieh dir mal auf. Zieh dir mal auf. 360! Oh, die hat zwei Sperre. Die Schnurren. Kannst du über die? Ja, ja. Wo hat die Zeit da? Oh, ich sollte trägen. Ich muss noch mal eine Brille geben, Aliki. Ja, die sind schon. Immer noch. Ah, merci. Hallo! Nice, nice, nice. Ich muss eigentlich unterstützen. Ich sollte mal sparen. Du bist viel zu spät wie immer. Oh, ich lasse Level Up. Ja, ich bin übrigens auch noch fast gestorben. Mit Gesundheit da rein drauf knetschen. Und mit Filobogen flecken. Aber es gibt gut Fleisch und Keratin und alles. Jetzt sollte ich mal Fleisch fressen. Das ist schnell um Regen. Ja, an das Feuer im Fall bringt es so. Willst du dann noch jemanden zu unserem Viech ansehen? Ja, ich bin die ganze Zeit dran, wenn es geht. Okay. Dann schaue ich nicht zu uns. Haben wir noch Fleisch? Ja. Äh, nein. Was ist da los? Ja, ich komme. Ich habe verdammt viel Fleisch in meinem Inventar. Was ist da los? Ich komme. Wie bekomme ich Bären mit diesen Tieren? Mit einem Ring über ein Zeug? Du musst... Im Prinzip... Du musst du... Äh... Ja, ich weiss. Ja, ich weiss. Was brauche ich zum Filobogen fliegen? Halt zu fassen? Hey, haben wir keinen Halt zu keine Fasern mehr? Mal, schau. Ich bringe ihn gleich. Warte, ich brauche selber Fasern, fuck. Ja, ich brauche meinen Bogen einmal schlecken. Ich bin 2 Level Up. Ja. Ja. LOL. Ich kann eine Ballisten bauen. Nice. Ich brauche Fleisch. Arme Brusten? Nein, endlich. Oh, Metall Sachen. Nice. Wir müssen eine Werkbank bauen, Boys. Das habe ich schon erforscht. Eine Werkbank ist schon noch nicht erforscht. Oh. Ich habe noch Schittin. Oh. Du kannst erst eine 25. Das ist dir bewusst. Ähm, ich bin schon Level 70. Ja. Ich habe noch verdorben das Fleisch. Oh, ich heisse Goethe. Nicht wahr. Mann. Bring mal Bären hier, die wir essen. Ja, hier hinten, hier hinten. Mörser, du sie Mörser bitte. Ja. Das Verrotenungsfleisch. Und hier, ich will Fleisch im Braten für dich. Nein, die Gräme. Ich habe nur noch ein verratetes Fleisch. Ich schaue zu dir Flo. Das ist doch Zucker, oder nicht? Zucker. Du Schatz. Ja, das Fleisch kann man noch verraten. Ja. Kann ich jemanden unterstützen? Bären sammeln. Ja. Zum Essen. Äh, und Narkosebären. Alright. Ich mache meinen Hör auf den Weg. Danke vielmal. Den müssen wir dir nicht getrunken haben. Nimm den besten Trudy. Trudy? Okay. Okay. Ja. Das ist am besten. Zum Farmen eigentlich. Oh! Ähm. Ich mache das nicht mal nichts. Äh. Warte mal. Gibt es etwas wie Taschenlampe, oder so? Äh. Kannst du gerade mal verstehen? Ja, gibt es. Das nennt sich Fackeln. Aber dann kann man es dann auf den Dino markieren. Nein, kommst du nicht. Du tust den Zimmererhang. Was brauchst du für Sperren zu kraften? Ähm. Holz. Holzführstellfaseren. Aber man gibt momentan recht, wenn ich Faseren. Ja, so ähnlich wie am Sammler. Genau, wiederum. Ich weiss nicht, ob du mit den Dinos Faseren bekommst. Oh shit. Oh oh, ihr habt ein kleines Problem, Jungs. Ich habe beim Farmen ein Tier angegriffen. Das kann ich auch schlagen. Das ist ein Stilo. Das kannst du auch mit den Fäusten schlagen. Feuer steigen. Oh oh, ich bin bewusstlos. Nein, du bist nicht bewusstlos. Ich sehe einfach nichts. Ja. Danke für das Leder. Greift mich gleich noch an? Nein, greift dich nicht. Oh, du hast noch ein zweites. Mal. Aber du machst das. Du brauchst ja keine Hilfe, oder? Ich boxe es einfach. Ja, das ist gut. Du kannst erst noch ein Klick auf Faseren zusammen. Ja, ich bin auch gerade dran. Überlegen wir, so ist es. Das ist der Weichband klären, Honi. Der Weichband. Ja, weil dann können wir halt gute Sachen craften mit dem. Warte, wir müssen eben anfangen. Da gibt es XP. Wo ist nichts? Ich bin rechts. Der, wo der Trike ist, ein bisschen. So, level up. Ich kann zum Beispiel jetzt eine Armbrust machen. Ich kann Metallspitzhacken und alles machen. Natürlich sehr erotisch. Ich kann sogar ein paar Liste abbauen, die wir dann auf das Dach tun können, um zu verteidigen. Die wir aber noch nicht brauchen. Ja, aber dann können wir dann auch schauen, ob wir ein anderes Plätzchen haben. Ja, ich würde sowieso sagen, dass wir nicht, dass wir vielleicht, wenn wir einen Raptor oder so haben, dann das Zeug mal ein bisschen umlagern und dann irgendwo noch in den Base bauen. Oder halt mit den Raptoren irgendwo hin, Base bauen und dann mit der Zeit umlagern. Weisst du, weil ich finde, am Anfang ist es am Strand schon nice, aber dann gibt es halt wirklich schon coolere Orte, um zu bauen. Was für Orte? Einfach in Inland gibt es halt noch nice Spots. Irgendwann gibt es, glaube ich, so eine See, oder? Ja, es gibt noch eine Art Schlucht und wenn man beide Enden der Schlucht tut, hat man dann im Prinzip eine komplette Schlucht, wo man auch alles craften kann. Was ziemlich stark ist. Wo man halt dann auch Dinos lassen kann und dann können sie miteinander sexen. Oh, dort ist der Kanal. Ja. Kannst sprüten. Ich verpiss mich ganz schnell. Oh, ist der Flug in die Neustadt? Ja. Ist das eigentlich, kann man jetzt fliegen oder? Nein. Mit dem Zettel? Ja. 35 Level. Weisst du, jetzt haben wir noch einen, aber wenn wir noch so zwei, drei haben, können wir mal sagen, wir machen eine Flug-Exkursion und suchen mal gute Spots, die wir bauen können. Weisst du, was ich meine? Was ist der Mensch? Ja. So. So. Also Trikes und Parasaurus machen wir auf Dings Gewicht und Ausdurs machen. Bleib mal stehen, Horti. Ich. Nein, ich will. Du kannst ihn rausnehmen. Ja, Horti. Bei Beri. Zum Fressen. Ja. Ist gut. Kannst du den Level up in Dino. Wie macht man das? Auf Gewicht. Wie du würdest spielen, einfach im Inventar. Und dann ist der hier bloß aufgewichtige Heiz. Oh, er hat gerade eine Spari-Wertrappe. Ja, zum Teil sind sie aber recht extrem. Die zweite Trike ist übrigens auch fertig. Jetzt brauchen wir Leder für alle Satteln. Der Trike hat einen Sattel. Ja, der auch schon. Ja, beide haben Sattel. Ja, aber für eine Flucht hinein. Ja, dann brauchen wir noch Level. Level? Ja, ich habe noch viel Feier zum Töten. Wollen wir auf einem Kanon? Man kommt da irgend nach dem Heim, aber... Ja, ich glaube nicht, dass wir das noch in dieser Aufnahme schaffen. Leder braucht es sehr viel für Lederrüstung. Ja. Gut, ich habe noch etwas Leder. Oh, die Dehydrate. Ja, weisst du, ich meine, wenn wir jetzt ein Samstag haben, und es noch nicht zu spät, wäre, könnte man den Kanon eigentlich ziemlich gut machen. Aber... Lassen wir morgen... Gehen, 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 gehen. Ich weiss nicht, wie das so ist mit dem Werken, Flo. Ja. Aber... So ist... So ist... Langzeiterwerbs los. Hey, ich habe noch einen Bootstuhl. Und zehn. Bootstung? Ja, fast. Nice! Nice, Flo. Flo macht dann eine Bootparty. Ja, ich muss hoffen. Du musst dich auch dazu eingeladen. Ich werde darum gleich Flugzeugträger-Kapitän... ...vom Militär. Ja, vom Militär. Ja, vom Militär, den ich noch aufhöre. He. He. Ich glaube, wenn der Uli da Dino in die Kampfschätze hier arbeiten. Ja, du musst dir schon mal eingeheffen. Ja, du musst dir schon mal eingeheffen, oder? Da hat Piraten gekommen. Abschreckend. He. Ja. Also, Huni, lehre dir Werkbanken. Oh, weiss. Werkbanken. Ja. Du bist dumm Suga. Oh, wir brauchen ja fünf Barren. Äh... Kannst du davon lehren, Huni? Der Schmelzofen. Der Schmelzofen. Der Schmelzofen. Der Schmelzofen. Das kann ich lehren. Ich greife dich an. Ich komme zurück. Obiraptor. Obiraptor rennt davon. Nicht, wenn ich mit dem Powerbogen drauf schiisse. Der Neben. Der Neben. Der Neben. Der Neben. Der Neben. Oh, der Vorher ist noch einmal, äh... Thanks Dino. Weisst du. Ich mache übrigens auch mal ein wenig Pfeil. Fürsteine müsste man wieder farmen. Um die Faser wahrscheinlich. Ja, ich gehe jetzt Lederfahren. Ja, das ist gut. Komm mal zurück. Dann kann ich mir den Schmelzofen setzen. Gut. Gut, ich mache die Pfeil. Easy. Brauchen wir noch einen Schmelzofen. Schmelzofen brauchen wir. Steine, Feuerstein, Lederholzfaser. Okay, Feuerstein müssen wir farmen. Oder warte, ich habe vielleicht noch etwas. Im Schaft ist, glaube ich, da fahre ich noch vor. Ja, ich bin gerade im Vercraften. Ich brauche 5 Feuerstein. Ah, ist vorhanden. Gut, reicht. Also. Er ist dein Ding hier. Ja, ja. Bitte nehmen wir nicht Pfeile raus, die ich gerade gecraftet habe. Oh, ich brauche diese für Narkosepfeile. Das ist ein wenig effizienter. Wir brauchen dann die Armbrust. Äh, da. Oh, 70 Leder hätte es gerade gegeben. Ich gehe mal mit dem zweiten Trike ein bisschen farmen. Kann ich mit dem Steinen farmen, glaube ich? Er braucht noch nicht mehr Leder, außer du schafft. Nein, Flo geht jetzt gut farmen. Dann wäre neunis ein Flugsaure. Aber kann ich jetzt gerade nicht? Nein, nein, wir machen Flugsaure jetzt. Eine nächste Aufnahmesession. Ich sammle ein wenig Holz und Stroh. Er ist schockt. Er ist schockt. Er ist schockt. Er ist schockt. Ja, wie viele Pfeile frisst das so? Uh! Was ist da Böses? Okay. Ich glaube, Holz und Stroh sollte man eigentlich... Also Stroh sollte man generell kein Problem mehr heizen. Weil mit dem Trike sammelt man extrem gut Stroh. Ich brauche auch noch zwei Leder. Vielleicht bin ich wieder da rum. Sonst kann ich den Knick brechen. Ah. Nein, nein, nein. Ich werde überlegen. Ah, wir brauchen auch eine Biber. Für ein Holz. Ja, der ist verdammt. Ich weiss. Eine Biber ist so OP. Nein. Oh, bist du? Hast du eigentlich noch ein bisschen... Oh, Karnosaurus ist bei unserer Base. Nur so zur Info bei uns. Wir haben einen Second Track. Nein, er ist näher von unserer Base. Nur so zur Info. Ähm... Wo bist du dran? Ja, weit. Ich komme zurück. Oh Gott. Ich habe jetzt Trudy einfach weiss Leder dabei hat. Ja, pass einfach auf. Geh nicht zu weit raus, gell? Das ist ein Karnosaurus. Wenn der Base kommt, ist... ...viele Arbeitsstunden... ...einfach so weg. Boah, bin ich geklöpft. Trudy. Ich überlege gerade, wie ich das im Gescheitsten mache... ...mit dem... Ah, der hat mich gesehen. Ja, jetzt habe ich fast keine Pfeile mehr. Ist der böse? Ja, der ist sehr böse. Okay, was soll ich machen? Den abschiessen wir mit Pfeilen. Und zwar pronto. Okay. Hört ihr denn jetzt noch Pfeile? Ja, 50 Pfeile hat es noch oder 100. Oh, oh. Äh, mein Trudy. Trudy, sitz. Ja, Huni, mach mal Gas. Mach mal Gas? Ja, und ich bin jetzt ein bisschen fast da. Der Huni hat noch nichts gemacht. Hey, ich scheisse die ganze Pfeile. Aber ich komme hier. Ich komme hierher. 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 Sie reagiert nicht. Ich habe nicht gesehen, kommen wir davon. Ja, jetzt ist der Kuss. Wo ist er denn hierher? Ja, um die Base. Du musst mal ein bisschen schneller helfen. Das wird schon nichts. Ja, ich war am Farmen. Der Van hat zu Hause gekauft. Ich habe die ganze Zeit drauf geschossen. Ich werde mich verarschen. Jetzt exkletze von Base fort. Komm, richtig links. Der bin eh. Easy. Aber ich habe nur noch 20 Pfeile. Und ich Pfeile und gehe fast rot. Also richtig links Base. Links vor Base. Okay, der ist dort der Abgeordnete von mir. Ich habe fast keine Angst da oben. Verlebt er sich jetzt, Trudi? Wo ist er? Niki, wo ist er? Ich weiss es nicht. Du bist im Jager der Foxe. Ah. Ich glaube, du hast gestorben, weil einfach alle Dinos den genommen haben. Die da sind. Das sollte er dort liegen. Nein, die nehmen wir immer raus. Aha. Ja. Ich habe diesen gemacht. Nehmen wir mal die Dinos aus und nehmen, die Sato haben bitte. Der Rudi? Der Rudi hat eine gute Arbeit gelästet. Alle Dinos haben es gemacht. Weil die drei Personen einfach geschlafen haben. Ja, ich war Lädenfarmer. Ich habe drauf geschossen. Ich habe nichts gesehen von dir. Okay. Helfen wir mal mit, die Dinos aus und nehmen. Ja. Ja, ich habe nur noch Fleisch drüber. Ich bin irgendwo beim Wetter suchen. Ah, wo hast du Läden? Das ist Flo. Im Schaft. Easy. Das brauchen wir. Noch ein bisschen Fleisch drin, dass das verraten kann. Ja. Ich meine, der Trike ist mega viel Stroh. Nur so zu rümpfen. Hier raus. Wer die Dinos sind noch da? Ja, ich hab's in meinem Kopf. Wenn ich dann, kannst du den Flugsauer nicht gestorben. Gar nicht mehr gestorben. Ja. Ich habe hattet. Ich habe hattet. Das heisst, ehm wegrennen und die Agro vom Tier auf sich zu ziehen. Wir gehen nochmal hoch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also der Dinos ist nicht mehr. Ich möchte noch einen auf Stamina geben. Ah, sehr schön. Jetzt stehen wir schon wiederher. Ich würde sagen, dem Flugsauer geben wir extrem viel Ausdauer bis 1000 Ausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Okay. So. Du, die Hyderias, das ist schlecht. Und ich verhungere auch noch dazu. Das ist auch schlecht. Sie ist noch gerade witzig geworden am Schlussrecht. Noch gerade witzig geworden. Ja, ich hätte eben gekämpft, dass ich jetzt fast wieder wieder verhungert bin. Was brauchen wir noch? Flinte? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich wollte keinen Ausdauer geben, Niki. Ja, ich glaube schon. Nein, du glaubst mir das nicht. Moooo! Ich werde immer abwerten, aber ich vertraue dir schon. Und ich habe nichts gesehen, wo ich davon gesäckert bin. Das Welle hat vielleicht geschossen, aber einfach getroffen hat. Ich habe zweimal getroffen. Das ist... Wow! Ich habe viermal getroffen, wo ich davon gesäckert bin. Oh, ich habe aber auch ausgegeben. Ja, ist gut. At least you tried. Ja, genau. Ja, genau. So ist es. Der gute Welle zählen. Du, wir hungern uns schon wieder. Oder du magst ein Deckbär in den Zwiebeln? Ja, einfach nicht die Schwarzen. Das ist jetzt mega rassistisch, aber wirklich nicht die Schwarzen. Gute Weisse anlöse gleich zu kurz. Oh, lol. Okay, Stroh haben wir wirklich genug. Okay, du meinst? Ja, ich habe Power gefahren. Könnte ich mit dem Beta etwas machen? Schnell reisen. Du kannst dir spawnen, wenn du gestorben bist. Ich bin ja noch nie gestorben, wenn wir gut spielen. Ja, du star. Oh, 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 oh. Ich werde angerissen. Oh nein, Flögen. Flögen? Ich werde ein Foto. Ohne, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja, darfst du. Hey, es hilft mir, Stefan. Oh nein. Just kidding. It's a prank. It's a prank. Boah, ich steige gerade eine mega Stufe hoch, ey. Das passt mir. Passt dir das? Ja, ein bisschen Shedin. Mir passt das mega. Was soll ein verdammter Käfer? Bitte nicht den Durchweg im Dingsan, Honi. Eine Lupe, Mann. Ah. Eine Lupe machen. Für was? Ich habe ein Räucherkerner. Das ist gut für das Flash. Flash. Eine Trophäensocke. Eine Zeitmaschine. Honi, wir bauen dir nicht alles, was du siehst, gell? Oh, wir bauen Zeitmaschinen. Nein. Oh, nein. Das nennt sich Uhr. Eine Zeitmaschine. Oh nein, ich habe nur so ein kleines Uren-Dreckswein. Angeln. Angeln. Angeln? Kannst du bitte mal... Kannst du bitte mal... Mal ein wenig vom Eingang weg. Ich habe es gewartet, dass einer das reklamiert hat. Ich habe schon zweimal reklamiert. Ich habe schon zweimal reklamiert. Also, ich brauche mir jetzt eine Rute. Mach doch dir das. Das ist wie ein Metall, nice. Nicht brauchen Metall bitte. Nein, nein. Ah, du hast Metall, gut. Ja. Gut. Ja, mega zu hässig. Ja, nein, gell? Ja, nein, gell? Ja, wir brauchen das für die Werkbank. Wenn wir die Werkbank haben, können wir mega gute Sachen craften. Oh, meine verdammt Spitzhack hat es vermorgt. Aber, dann können wir dann eine Metall-Spitzhack bauen. Ja, ja. Ich habe noch Holz und Stroh. Holz und Stroh, das brauchen wir jetzt gleich. Stroh haben wir genug und Holz sollten wir auch noch haben. Du hast schon ein paar Mal gesehen, dass wir genug Stroh haben. Ohne, wir haben genug Stroh. Nur, dass du es gehört hast. Was braucht man für einen Pilobogen-Zeparier? Holz und Fasern. Wann hat er dich? Ist das auch gelehrt? Stroh, Holz. Du nimmst immer die falschen Positionen ein, weisst du das? Nein, weiss ich nicht. Stroh, 20 Fasern und 7 Holz. Also Flo, willst du mal einen Narkosenpfeilen? Ja, kannst du mir gerne, nehme ich gerne. Also, ich gehe jetzt ein wenig angeln. Nimm sie aus dem Schrank. Ein wenig angeln, gell. Ich brauche noch etwas zum Angeln. Flo, kannst du doch bitte das Metall-Schmelzofen tun? Ja, jetzt chillen wir. Ich brauche jetzt noch eine Köder. Ich brauche jetzt erst mal noch 7 kg Flinte. Steine, die kein Schwein braucht. Steine, brauchen wir? Ja, ja, sie arbeiten. Gut. Ich habe jetzt sonst noch die Trommel abgebaut. Nur so für die, die es wollen. Es hat übrigens Fleisch, das du die ganze Zeit braten hast. Ich weiss. Nice. So ist Meissen, dass ich hier mache. Wie macht man die Köder? Weiss ich doch nicht. Ich habe ja noch nicht geangelt. Ja, das ist das Problem. Hm. Denk doch, wir müssen morgen noch zusammen arbeiten. Die Hild meine... Wie, gar nicht die Hild? Nein, jetzt wollte ich doch das Holz behalten. Es hat ja Holz so dünn genug. Ja, aber für den Bogen zu flicken, ein wenig etwas dabei. Aha, jetzt eine super Idee. Welche hat dich die Faser mitgenommen? Ja, ich kann sie wieder haben. Ja, ich habe meine Tasche, was ich brauche. Ja, so viele brauche ich nicht. Ja, ich habe meine Tasche. Entschuldigung. Was lacht so blöd? Es kann nur mehr sein, was so blöd lacht. Blödschen. Blödschen, Blödschen. Blödschen, Blödschen. Blödschen, Blödschen. Blödschen, Blödschen. Blödschen, Blödschen. Blödschen, Blödschen. Irgendetwas hat Honig gemacht, das mir nicht passt. Blödschen, Blödschen, Blödschen. Hey, was läuft mit dem? Blödschen, Blödschen. Ich habe noch so einen Rücken am Strand. Blödschen. Wacht auf. Wow, herzlichen Stupo und Hock drauf am Strand. Blödschen. 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 Das finde ich lustig. Wieso haben wir hier überall Dodo-Eierei? Die geben ja verdammt Gas beim Züchten. Blödschen. 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 Blödschen, siehst du, wie ich noch die Rute in den Hängen habe. Blödschen. 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 Er ist der Oberstock mal. Ah, super. Oh, ich bin am dehydrationieren. Ich habe gerade von Cortina in den Zähnen gelacht. Aber Niki, wie sieht es mit der Länge für deinen Part aus? Wir dürfen noch nicht wenden, wir müssen zuerst noch etwas machen. Wir können es noch nicht machen. Oh, ich höre Böse, Vino. Aber wir haben eine Werkbank. Oh, dann braucht es eigentlich noch Läder jetzt. Äh, wir brauchen mal, wir müssen mal, okay. Wir beenden zwar jetzt den Part, aber wir müssen wirklich mal ein wenig Metall farmen, Obsidian und und und. Okay, zurück zu Minecraft. Da brauchen wir Flügel. Flügel? Nein, müssen wir nicht haben. Also, gut. Im freiten Dasein, würde ich sagen. Hast du fremdliche Feier abgelassen? Probierst du mal. Nein. Oh, Bauchmuskeln müssen wir noch machen. Boah. Boah. Warte, ich habe eine lustige Idee. Boah. Boah. Hey, ich bin von den Grössten von euch allen. Ich empfehle sie gut, du musst dich. Ich bin die Grössten von euch allen. Schau mal. Ohne, ohne, ich weiss jetzt mal, was... Dicke, der Grissu. Ohne, ich weiss jetzt mal, was die Bedeutung von gross ist. Schau mal, Niki. I, Bäh, du Grissu. Stolz ist dir ein viel mehr Arsch. Also, Niki. Also. Komm, ich gucke. Easy. Oh, easy. Schmetti. Oh, kurze Frage, Niki, ob du da bist. Ja, Frau... Dasselbe läuft ja weiter. Ja. Das heisst, alle hier werden verhungern, weil sie keine Bären mehr haben, oder wie? Irgendwann ja, aber die brauchen nicht so extrem viel. Die meisten haben mehrere Experten drin. Wir können lange leben sein, etwa in echten Tagen. Wochen oder so? Hengen sie? Ah gut, ja, easy. Aber wir können ja den Server einfach abstehen. Nein, das ist ja Community Server. Ja, aber das Problem ist, spielt überhaupt jemand auf dem Community Server? Weisst du nicht. Das hast du nicht gehabt, dass du zufingest deinen Server. Okay. Okay. Dann wird die uns ins Zeug stellen. Ja. Also, wir beenden mal den Part. Wir beenden mal die Aufnahmesession. Und nächstes Mal heisst es Obsidian Farmen, meine Kinder. Und ja, und schauen, was uns arg soll. Fühle mich angesprochen. Du musst dich angesprochen. Oh, mein Papi ist kaputt gegangen. So. Okay. Was, jetzt habe ich Hilfe? Also, ich danke euch mal für das Zuschauen. Wir sehen uns ein anderes Mal. Und ich würde sagen, schönen Abend, gute Nacht, was auch immer. Peace. Abends. Ja, so gesagt. Ja, so.